Unsere Zuschauer, Frieden sei mit Ihnen und die Barmherzigkeit Allahs und seine Segnungen. Willkommen zu dieser Episode, in der wir über die Stimmen der Ameisen sprechen, die im Koran erwähnt werden. Wie wir wissen, spricht der Koran darüber, dass Ameisen sprechen. Und jetzt, heim 10.00 Jahre nach der Offenbarung des Korans, entdeckt die Wissenschaft zum ersten Mal die Stimmen der Ameisen und wird sie Ihnen jetzt präsentieren. Die Gespräche, die zwischen den Ameisen stattfinden, sind bemerkenswert. Bis vor kurzem sagten Wissenschaftler, dass Ameisen über chemische Substanzen, Pheromone, kommunizieren, aber sie haben jetzt entdeckt, dass sie auch akustisch über eine Sprache kommunizieren, die wir jetzt hören werden. Wenn sie auf ein Ameisental stoßen, sagt eine Ameise, führt das Wort, das bedeutet, dass die Ameise spricht. Ich spreche hier über eine wissenschaftliche Tatsache, die der Prophet vor Leitzjahrhundert Jahren kannte, dass dies eine Offenbarung von Allah, dem Erhabenen, ist und dass es der Koran von Allah ist. Die Ameise sagte, und natürlich ist die Ameise weiblich, denn sie haben jetzt auch entdeckt, dass die Wachen und Arbeiterinnen alle weiblich sind. Allah, der Erhabene, hat sogar die Ameise als weiblich bezeichnet, wie auch in der Sure über die Biene. Eine Ameise sagte, O Ameisen, geht in eure Wohnungen. Und die Wohnungen wurden nicht im Singular erwähnt, sondern im Plural, weil sie tatsächlich Ameisenkolonien gefunden haben, in denen manchmal Millionen von Ameisen leben, die bis zu 500 Millionen Ameisen erreichen können. Salomo und seine Soldaten werden euch nicht ertragen. Hier kann die Ameise Salomo erkennen und erwähnt seinen Namen und dass er Soldaten hat. Die Ameise spricht also. Einen vollständigen Satz, während sie sich dessen nicht bewusst sind. Das bedeutet, dass sogar diese Ameise weiß, dass Salomo und seine Gefolgsleute diese Ameisen töten werden, ohne dass sie es wissen. Das bedeutet also, dass sie die Informationen über Salomo kennt. Hier werden wir sehen, was die Wissenschaft jetzt sagt. Der Vers geht weiter. Und er lächelte lachend über ihr Wort. Das bedeutet, dass Salomo sie gehört hat. Und zwar nicht durch ihre Gesten oder durch ihre Pheromone, also durch chemische Substanzen, die auch Teil der Kommunikation sind. Aber wir sprechen nicht darüber. Dieser Vers sagt uns mehrere Dinge über Ameisen. 1. Ameisen sprechen 2. Ameisen sind in der Lage, sinnvolle Sätze zu bilden 3. Ameisen hören, sie haben Ohren und hören Geräusche, einschließlich der Stimmen von Menschen 4. Ameisen kennen die Menschen, denn sie kannten Salomo und wussten, dass er Soldaten hat und kennen deren Namen und Rollen 5. Ameisen verstehen das Denken anderer, denn sie sprechen über Salomo, dass er sie, die Ameisen, beherrschen wird, ohne dass sie es merken. Kommen wir nun zu den Stimmen der Ameisen. Schließlich hat die Wissenschaft entdeckt, dass Ameisen Geräusche machen und begann, diese Geräusche mit hochpräzisen Mikrofonen aufzuzeichnen. Das menschliche Ohr kann die Stimmen der Ameisen nicht wahrnehmen. Lassen Sie uns zuschauen. Kommen wir nun zur Erklärung der Wissenschaftler über die Stimmen der Ameisen. Es handelt sich nicht um einen einzelnen Ton oder um Sätze, sondern um sehr komplexe Sprache. Hier nehmen wir einen Artikel aus der Zeitschrift American Science, die ein Thema unter dem Titel Ameisensprechen veröffentlicht hat. Die Zeitschrift Leute hat gesagt, dass sie entdeckt haben, dass die Ameise eine spezielle Zunge zum Sprechen hat. Diese Zunge befindet sich auf dem Rücken der Ameise in diesem Bereich. Hier ist eine Vergrößerung des Sprechorgans, das die Sprache der Ameisen erzeugt. In dem dritten Bild ist es noch mehr vergrößert, so sieht es aus. Und hier ist das Mikrofon oder das Organ, mit dem die Ameisen sprechen. Schaut, subhanallah. Natürlich gibt es tausende von Ameisenarten, aber diese Art, über die sie Experimente durchgeführt haben, wird besprochen. Sie sagen, dass die Ameisen eine Art Geige haben, mit einem Haar, das sie über die Seiten wie bei einer Geige streichen. Bei den Ameisenlarven fanden sie heraus, dass die erwachsenen Ameisen Geräusche machen können. Und sie entdeckten, dass auch die kleinen Larven ein Schallorgan haben. Sie fanden heraus, dass die Kolonie, wenn sie Gefahr ausgesetzt ist oder Probleme hat, zuerst die erwachsenen Mitglieder rettet, dann die vollentwickelten Larven und schließlich die Nester. Die Wissenschaftler nahmen diese vollentwickelten Larven, entfernten das Schallorgan von einem Teil und ließen den anderen Teil mit seinem Schallorgan. Das Ergebnis war, dass die Ameisen herbeieilten und die Larven retteten, die ein Schallorgan hatten. Die Larven, die kein Schallorgan haben, wurden von den Ameisen völlig ignoriert, als wären sie nicht vorhanden. Subhanallah, hier wird gesagt, dass es ein Element des Schalls gibt. Sie sagen sogar, dass diese Larven rufen, bitte helft mir, ich brauche Hilfe, bringt Rettung. Die Arbeiterinnen geben Geräusche als Antwort von sich und sagen, wir sind gekommen, um sie zu retten. Wir sind gekommen, um sie zu retten. Wir sind gekommen, um sie zu retten. Was haben sie also gemacht? Die Wissenschaftler haben in den Nestern der Ameisen hochsensiblen Mikrofone, die 1 Kilohertz und weniger aufzeichnen, in den Boden eingebaut. Natürlich wissen wir, dass der Mensch nicht alle Geräusche hören kann. Der Mensch hat einen bestimmten Hörbereich und Geräusche, die darüber liegen, kann er nicht hören. Und auch Geräusche, die darunter liegen, hört er nicht. Hier trägt die Ameise die Larve und rettet sie. Wir haben erwähnt, dass die Wissenschaftler angenommen haben, dass diese Larve einen Ton von sich gibt, der bedeutet, hilft mir und dass der Arbeiter Ameisenton ist, ich bin hier. Das ist natürlich eine Annahme und wir verstehen es nicht ganz. Wichtig ist, dass sie mit diesen hochsensiblen Mikrofonen aufgezeichnet haben und sie über Lautsprecher abgespielt haben. Die Ameisen eilten zu diesen Lautsprechern und begannen, die Lautsprecher zu lecken, die den Ton hatten, während die anderen Lautsprecher mit anderen Geräuschen von den Ameisen überhaupt nicht beachtet wurden. Subhanallah. Außerdem fanden sie heraus, dass die Königin der Ameisen, wie wir wissen, in einem Ameisenstaat eine Königin gibt und es auch mehr als eine Königin geben kann. Die Königin ist verantwortlich für das Legen der Eier und es stellte sich heraus, dass die Königin auch eine eigene Sprache hat. Natürlich ist die Königin groß, wie wir sehen, während die kleinen Ameisen um sie herum sind. Lasst uns den Ton der Königin hören. Dies stammt ebenfalls aus der amerikanischen Zeitschrift Science und spricht darüber, dass die Königin der Ameisen charakteristische Geräusche von sich gibt, die von der sozialen Motte nachgeahmt werden. Es wird erwähnt, dass die Königin Geräusche erzeugt, die Anweisungen und Befehle enthalten und dass natürlich die Armee, die aus weiblichen Ameisen besteht, ebenfalls Geräusche macht. Die Ameisen, die den Larven dienen, haben ebenfalls Geräusche und die, die nicht helfen, machen auch Geräusche. Alle verstehen sich und haben eine Sprache, die Wissenschaftler immer noch versuchen zu entschlüsseln. Natürlich sagen wir hier, dass Prophet Salomon diese Fähigkeit hatte, weil Allah, der Erhabene, ihm ein Wunder gegeben hat. Aber der heilige Koran zeigt, dass der Dialog der Ameise mit ihrer Kolonie normal ist, was bedeutet, dass dies nicht nur eine besondere Fähigkeit für Prophet Salomon war. Allah hat Prophet Salomon nur mit diesem Segen bedacht, nicht mehr. Hier gibt es auch eine spezialisierte Website, die zur American Science Magazine gehört. Und die Website heißt Explorer Sound. Die Seite spricht ebenfalls über die Geräusche von Ameisen und präsentiert einen der Wissenschaftler. Hier ist der englische Text für diejenigen, die darauf zurückgreifen möchten. Hier ist die Google-Übersetzung. Hier diskutieren sie, dass Ameisen den Schall durch den Boden hören, dass der Schall der Ameisen sich im Boden überträgt. Natürlich gibt es die Geschichte von Salomon, in der die Ameise sagt, damit euch Salomon und seine Soldaten nicht übersehen. Das bedeutet, dass Prophet Salomon auf der Erde geht und mit seinen Soldaten unterwegs ist und der Schall wird auf diese Weise von den Ameisen gehört. Sie sagen, dass sie nicht annehmen, dass der Schall der Ameisen nicht durch die Luft übertragen wird. Aber aus dem Vers im heiligen Koran, das Prophet Salomon sie hörte, folgt, dass der Schall der Ameisen auch durch die Luft übertragen wird und möglicherweise auch durch den Boden, wie sie sagen. Natürlich sind die Wissenschaftler sich noch nicht sicher. Sie befinden sich noch in der Phase der Erkundung und versuchen, die Sprache der Vögel, der Tiere und der Insekten zu verstehen. Sie sagen, dass Ameisen anscheinend taub sind für den Schall, der auf menschlichem Niveau durch die Luft übertragen wird. Das heißt, sie hören es nicht. Im heiligen Koran steht, dass die Ameisen die Menschen hören, weil die Ameisen wussten, dass es Prophet Salomon gibt und dass sein Name Salomon bedeutet. Die Ameisen hörten die Soldaten, die ihn riefen, O Salomon! Aber hier scheint der Text zu sagen, dass sie sich immer noch nicht sicher sind. Hier wird gesagt, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass Mikrobensignale durch den Boden oder andere feste Mittel übertragen. Dann sagen sie, dass die Größe der Ameisen eine Schallfeldgröße von 200 Millimetern hat, was groß genug ist, um eine Anzahl von Ameisen zu enthalten. Außerdem haben sie herausgefunden, dass Ameisen ein Gedächtnis haben. Der Vers im heiligen Koran spricht davon, dass die Ameisen den Namen von Prophet Salomon kennen, also speichern sie ihn in ihrem Gedächtnis und erkennen das Verhalten der Menschen, dass diese, wenn sie auf die Ameisen treten, sie zertrampeln und zerbrechen. Auch in der American Science Magazine wird über das Gedächtnis der Ameisen gesprochen. Sie veröffentlichten unter diesem Titel, dass sie eine süße Flüssigkeit gemacht und ein Experiment mit Ameisen durchgeführt haben, um das rechte und linke Sensorium zu vergleichen. Sie entdecken, dass Ameisen sich nach zehn Minuten, sah, an das erinnern können, was sie mit dem rechten oder linken Sensorium berührt haben. Das bedeutet, dass wir den Text jetzt lesen können und vielleicht nach einer Stunde, aber das andere Sensorium ist schwächer. Der Text beschreibt die Gedächtnisfähigkeiten von Ameisen, insbesondere wie sie Langzeit- und Kurzzeitgedächtnisse in verschiedenen Teilen ihres Gehirns speichern. Es wird ein Experiment beschrieben, bei dem die Reaktionen der Ameisen auf eine zuckerhaltige Lösung untersucht werden und wie ihre Gedächtnisleistung im Laufe der Zeit variiert. Die Forscher berührten die rechte oder linke Seite der Ameisen oder beide, während sie ihnen bei jeder Betrachtung eines blauen Körpers, der die Lösung darstellt, einen Zuckertropfen gaben. Die Forscher testeten ihr Gedächtnis nach zehn Minuten, nach einer Stunde und nach 24 Stunden. Sie beobachteten, ob die Ameisen ihren Mund öffneten und auf Durst reagierten. Es stellte sich heraus, dass die Ameisen, die mit der rechten Seite berührt wurden, nach zehn Minuten starke Durstreaktionen zeigten, was bedeutete, dass sie sich erinnerten, dass dies etwas Süßes war. Auch nach einer Stunde gab es Reaktionen, aber nach 24 Stunden hatten sie es völlig vergessen. Die Ameisen, die mit der linken Seite berührt wurden, reagierten jedoch nicht, selbst nach zehn Minuten oder einer Stunde oder mehr, sondern zeigten erst nach 24 Stunden Durstreaktionen, was bedeutet, dass sie auf die blaue Lösung erst nach 24 Stunden reagierten. Hier, meine Damen und Herren, sehen wir das Gesicht der Ameise, subhanallah. Natürlich ist dies ein Gesicht von einem Grab, also wie wir sehen, ist die Ameise ein fester Körper, ein plastischer Körper. Der Koran, der Allmächtige, verwendet das Verb zerbrechen oder zerschlagen, was wie das Zerschlagen von Glas ist, und nicht zerdrücken, was Dinge beschreibt, die ein Mensch zum Beispiel zerdrücken kann. Aber Glas wird zerbrochen oder zerschlagen. Der Koran verwendet auch die Struktur der Ameise als plastisch. Hier sehen wir auch, dass der Vers sagt, damit Salomo euch nicht zerbricht, damit er euch und seine Soldaten nicht zerbricht. Wie wusste der Prophet Muhammad, Frieden sei mit ihm, dass der Körper der Ameise ein fester Körper ist, der zerbrochen und zerschlagen werden kann. Hier haben sie auch ein Experiment über das Gedächtnis der Ameisen durchgeführt. Wie Sie sehen, haben sie jede Ameise eingefärbt und eine Zuckerlösung platziert und die Ameisen laufen lassen. Die Ameise erkannte den Ort dieser Lösung und danach haben sie die Pheromone, die die Ameisen auf dem Rückweg hinterlassen haben, entfernt. Sie fanden heraus, dass die Ameise aus dem Gedächtnis wusste, wie sie sich bewegen sollte. Die Ameisen, die diesen Ort zuvor nicht aufgesucht hatten, konnten nicht weitergehen. Hier entdeckten sie, dass Ameisen ein Gedächtnis haben und der Vers aus dem Koran bestätigt dies ebenfalls. Es ist bekannt, dass einige Insekten parasitär auf Ameisen leben. In der amerikanischen Zeitschrift Science fanden sie heraus, dass es Larven von Schmetterlingen gibt, die sich von Ameisen ernähren und Geräusche machen, die denen der Ameisenkönigin ähneln. Subhanallah, innerhalb des Ameisenreichs eilen die Ameisen herbei und füttern sie, als wären sie Larven der Ameisenkönigin. Sogar bevor sie ihre eigenen Larven füttern. Subhanallah, das ist ein Beweis dafür, dass diese Larve die Sprache der Ameisen versteht und entsprechend handelt. Hier kehren wir wieder zu dem Vers aus dem Koran zurück. Es gibt viele Hadithe, aber wir beschränken uns auf diesen Teil. Wenn sie zu einem Ameisental kommen, wo ist es? In Jordanien, in Palästina, in Syrien, in einem Tal der Ameisen. Die Struktur dieses Tals könnte eine Kolonie sein, die aus einer oder mehreren Kolonien besteht. Dies ist ein Thema, das weitere Forschung erfordert. Wir schließen mit den Worten Allahs. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرٌ بِجِنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ Wir haben im Buch nichts versäumt und dann werden sie zu ihrem Herrn versammelt. Alle Tiere, alle Vögel, sie sind alle Gruppen wie die Menschen. Sie haben einen Anführer. Sie haben eine Sprache, mit der sie sprechen. Sie greifen einander an und am Ende werden sie zur Rechenschaft gezogen. Denn Allah, der Erhabene, sagt, dann werden sie zu ihrem Herrn versammelt. Gott, der Erhabene, hat die Wahrheit gesprochen. Ich hoffe, die Zuschauer haben das Bild verstanden. Zum Schluss möchte ich auf ein Buch von Dr. Yalimira hinweisen, das die Geschichte eines Kanadiers erzählt, der aufgrund des wissenschaftlichen Wunders im Koran zum Islam konvertierte. Er erzählt, dass ein Muslim einem kanadischen Fischer, der die Meere befischt, den Koran gab. Als dieser ihn las, fragte er ihn, war Muhammad ein Fischer? Der Fischer antwortete, er hat das Meer nie gesehen. Doch der Koran beschreibt das Meer sehr präzise. Und dieser Fischer konvertierte zum Islam, weil er sagte, niemand kann diese Beschreibung des Meeres kennen, außer einem Fischer. Subhanallah. Ich bitte euch, dieses Buch zu hören. Hier in meiner Nachricht auf YouTube hoffe ich, dass ihr das Video unten anschaut. Der Link zu meiner Facebook- und Twitter-Seite sowie zu meinem Telegram-Kanal ist ebenfalls dort. Ich bitte euch, zu abonnieren. Hier ist eine Liste von Dokumentar- und Geschichtsvideos, die ihr euch ansehen solltet, da sie wichtig für die Geschichtswissenschaft sind. Ich bitte euch, den Kanal zu abonnieren, indem ihr auf diesen Button klickt. Bis zum nächsten Mal. Frieden sei mit euch und die Barmherzigkeit Gottes und sein Segen.